Sie war die Kanzlerin, die aus der Kälte kam, eher aus Putins als aus Gorbatschows Reich. Das Mädchen, das der großäugigen Hera aus dem antiken Götterhimmel glich, schien sich herein zu staunen in das westliche Politpersonal. Verstört von der Wende waren sie alle, aber die Systemwechslerin Angela lieferte den coolsten Übergang. Funktionärin im totalitären System gewesen zu sein, war das ideale Ticket, um auch in der Politelite des Systemnachbarn Deutschland-West dazuzugehören. Merkel war nicht als Panzerknackerin des Warschauer Pakts aufgetreten, sie hatte abgewartet. Als Dissidentin hätte sie nicht so geräuschlos Karriere machen können, wie es dann gelang. Das Zauberwort von der deutschen Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit schluckte den gesamten Systemkontrast weg, der beim Wechsel aus einem totalitären in einen freiheitlich-demokratischen Staat zur Debatte steht. Immerhin war es ein politisch beiderseits beschlossenes Gleichgewicht der Abschreckung, das die Unvereinbarkeit beider Systeme der bipolaren Welt bis dahin in sensibler Hochspannung koexistieren ließ. Kommentarlose und bekenntnisfreie Systemwechsel waren und sind bis heute weder üblich noch möglich. Das Mädchen Angela wechselte unter dem Schutzschirm eines Gewehrsmanns aus der sozialistischen DDR die Seite. Lothar de Maizière war es, der seiner Sprecherin das Bekenntnis ersparte, das sie auch später noch vermied, in einer christlich-demokratischen Partei als Überzeugungstäterin dabei zu sein. Helmut Kohl, Bundeskanzler der Einigung, lieferte den Anschlussjob. Die stellvertretende Regierungssprecherin der letzten DDR-Regierung wurde Ministerialrätin im Presse- und Informationsamt der gesamtdeutschen Regierung Kohl. Kohls Mädchen unterlief so mit den Zertifikaten zweier Wendemänner aus West und Ost die tiefergehende Nachfrage nach ihrem politischen Bekenntnis zum freiheitlichen Rechtsstaat. Integration? Ein Fremdwort. Schon damals, vor der Schwelle zum Jahrtausend der wandernden Völker, galt in Deutschland die tollkühne Annahme, dass jeder, der zu uns kommt, auch ein willkommener Mitgestalter unserer Verfassungsgeschichte sein werde. Dennoch darf man nach anderthalb Jahrzehnten Merkel-Macht in Gesamtdeutschland fragen, wer in dieser langen Zeit wen integriert hat. Hat die politische Kultur des Vereinigten Deutschland Angela Merkel integriert? Oder hat umgekehrt Angela Merkel, der demokratischen Tradition Deutschlands, ein Integrationsprogramm verordnet, das den freiheitlichen Rechtsstaat und seine Gewaltenteilung aus den Angeln hebt? Wenn es so war, dann bleibt die Frage weiter akut, war Merkels Agenda ein Projekt ihrer metademokratischen Trendleadership? Oder schwamm die Kanzlerin Merkel mit in einem Megatrend, den andere mit Leadership-Energie versorgten? Hatte die deutsche Kanzlerin eine tauglichere Zukunftswitterung als die meisten Deutschen, als sie sich für ein Menschenbild entschied, in dem die Normen und Werte der westlichen Allianz ebenso wenig Raum behalten werden, wie in den Weltkonzernen der unbestrittenen Trendleader der digitalen Netzwerke? Merkel führt häufig Mischformen der nun plötzlich altaussehenden Welt und der europäischen, wie der transatlantischen Tradition verbal weiter. Sie überspannt den Bogen anderswo, nämlich in ihren Alleingängen. Wo Konsens für Ruhe sorgt und den Wandel nicht aufhält, agiert die deutsche Kanzlerin wie gewohnt, intransparent und entscheidungsscheu, also im Bürgerfeeling ungefährlich. Genau das macht ihren Regierungsstil gefährlich. Dass keiner rauskommt aus der Falle des neuen Menschenprofils, umschrieb Merkel mit der Formel alternativlos. Eine andere Formel für den Satz, du hast keine Chance, also nutze sie. Dass es in ihrer gesamten Regierungszeit um Wandel ging, zeigt die Einführung der Vokabel Wende, wo andere Politmanager vielleicht von Innovation oder Reform gesprochen hätten. In Merkels Schicksalsmanagement sollen einsame Entscheidungen als schicksalswendende objektive Großereignisse erscheinen, denen sich niemand entziehen kann. Völkerschicksal mit dem unpathetischen Wort Wende zu beschreiben, hatte die deutsche Gesellschaft ja seit der spektakulären Maueröffnung zwischen West und Ost begonnen. Damit konnten alle weiteren Wendemanöver der übergesetzlich agierenden Kanzlerin im gleichen Sprachbaukasten Platz finden. Was immerhin bedeutet, dass Euro-Rettung oder Verstaatlichung der Energiewirtschaft oder Open-Door-Regime für Migranten ohne Erkennungsansprüche des Gastlandes wie evolutionäre Großereignisse behandelt werden, eben höhere Gewalt. Ist die deutsche Kanzlerin Getriebene einer Weltenwende, die den Menschen von seinen Erfolgserlebnissen eines auslaufenden Äons trennt, um ihn neu zu definieren, ohne Passion- und Mission-Statements, die das Vertrauen der Abhängigen binden? Oder gehört Merkel zu den Treibern eines neuen Auftritts der westlichen Allianz am Ufer neuer Aufbrüche in Allianzen mit Systemen, die im Weltbild der erfolgreichen Zivilisationen der westlichen Welt bis dahin als Gegner und Akteure eines konträren Menschenbildes verzeichnet waren? Kurz und klar gefragt, führte Merkel die deutsche und die europäische Politik nur einfach dahin, wohin ohnehin die Reise ging? Unterscheidet die Kanzlerin Merkel von ihren Kollegen im In- und Ausland vor allem dies, dass sie einen Megatrend in Richtung autokratischer Herrschaftsformen unter Preisgabe traditioneller Werte- und Normenkataloge früher als andere Politiker für unausweichlich hielt? Ihre Herkunft aus einem totalitären System befähigte Merkel zu einer Sicht auf Staatsentwürfe, deren Vergänglichkeit schon im ideologischen Konzept angelegt war. Vielleicht kam sie mit dem Wissen, dass der Zusammenbruch des DDR-Staates auch als Auftakt für die Entdeckung weiterer Systemermüdungen zu begreifen sei, auf die der Blick sich zunächst wie auf das rettende Ufer gerichtet hatte. Die West-CDU sah sich erst einmal als das rettende Ufer. Das rettende Ufer ist unterdessen zur Rettungsinsel ausgebaut und in offenes Wasser geschwommen. Ein Refugium der Anti-Merkel-Deutschen. Dass Merkel den Megatrend zu Staatenkonglomeraten wie der EU bedient, war einer der Hauptgründe für ihre hohe Akzeptanz bei den Brüsseler EU-Managern. Eine deutsche Führung ohne das konservative deutsche CDU-Profil aus der Ära Kohl war auch deshalb hochwillkommen bei den Top-Europäern, weil diese unbelastete Neudeutsche die verlockenden Versuchungen wiederbelebte, die das Kolonialherren-Profil der Geldverteiler schon bald bei der sogenannten Euro-Rettung schärfen sollten. Die deutsche Dominanz in EU-Fragen wurde durch Merkels ballastfreien Auftritt in Brüssel das Ticket, auf dem die deutsche Kanzlerin auch Experimente einer neuen Couleur durchsetzen würde. Noch ehe das jemand ahnte, hätte die Frage aufkommen müssen, ob die deutsche Führungsposition in der heraufziehenden EU-Krisenkette anders und nachhaltiger hätte genutzt werden können. Die strafende Hand der deutschen Kommandeurin im Drama um Südeuropas Währungsdilemma, starre Einheitsdecke über heterogene Volkswirtschaften, der Euro als falsche Währung, hat immerhin das Virus der Spaltung in den europäischen Traum eingeschleppt. Aus Partnern wurden, laut Gipfelbeschluss der Euro-Profiteure, Gläubige und Schuldner. Damit war die Spaltung Europas besiegelt. Ein Preis, den Gewinner und Verlierer noch heute und morgen weiterzahlen. Sah das niemand voraus? Oder war die Demütigung der schwächeren Volkswirtschaften ein Vorgriff auf das Kerneuropa der Stärkeren? Hätte Deutschland, so die Frage, unter anderer Führung eine andere Gangart im Kapitel Euro-Rettung durchsetzen können? Wie viel Mitläuferqualitäten brachte Angela Merkel mit? Wie viel Anpassung an Merkels hybrides Strafprogramm für Südeuropa lieferten die staunenden Kollegen? Die später eingeführte Optik auf Merkels Stil sprach und spricht bis heute eher von Softpower, wenn es um das Image von Angela Merkel geht. Soft Leadership, ein Imagefaktor allererster Güte, strategisch ein Meisterstück, wenn wir an die grandiosen Wolten und furiosen Alleingänge der Softplayerin Merkel denken. War sie Erfüllungsgehilfin bei den Großbrüsseler Fantasien der EU-Führungsriege oder radikalisierte sie die Sanktionskataloge gegenüber Nationen wie Griechenland, Portugal und anderen in den Schuldnerrang versetzten Partnerländern? Merkels Omnipräsenz, nicht mit Omnipotenz zu verwechseln, das Geheimnis ihres internationalen Erfolgs, ist zugleich das Anti-Erfolgsprogramm für jeden Versuch, den Anteil der deutschen Kanzlerin an Debatten und Entscheidungen zu taxieren. Deshalb gilt auch, nicht überall, wo am Ende Merkel draufsteht, ist auch Merkel drin. Ein Teil der Stabsarbeit scheint dieser strategischen Herausforderung zu gelten, den Namen der Kanzlerin nur auf erfolgreichen Abschlüssen lesbar zu halten. Die Regie der deutschen Kanzlerschaft in Merkels Händen teilte sich von Anfang an die Brüsseler Führung mit dem deutschen Kanzleramt. Königin von Europa musste die deutsche Mischfigur aus Warschauer Pakt und Wirtschaftswunderland schon deshalb heißen, weil sie den Übergang der bipolaren Spaltung in ein aufgeklärtes Miteinander von Freund und Feind zu verkörpern schien. Merkel ist nie durch Europa-Leidenschaft aufgefallen. Sie stieg in das Lieblingsspiel der Westeuropäer so emotionslos ein wie früher in die FDJ-Projekte. Disponibel wie keiner ihrer neuen Partner erleichterte die deutsche Wendekanzlerin jedes kühne Vorhaben, weil sie keiner Parteidoktrin verpflichtet war. Ihr Business war der Abbau von Parteistrukturen. Eher groß als klein zu denken, hatte Angela Kasener schon in den Diskussionsrunden ihres Elternhauses gelernt. wo die Vorläufigkeit aller politischen Bekenntnisse und die Zerbrechlichkeit von Staatsentwürfen und politischen Höhenflügen zur Sprache kam. Sie hörte zu, ohne sich selbst zu Wort zu melden. Eher groß als Clarke